Na dann, bring mich mal zu dieser Wiese. Mal gucken, was mit dem guten Barbier passiert ist. Wahrscheinlich gar nichts. Oder er wird gerade von irgendwelchen Zykloppen angegriffen. Beeindruckt von den Zeiten, rieselnder Sand. Sie traten aus dem Tor, bewachsen von Reben. Den Barbier zu finden, das war ihr Bestreben. Geht das jetzt auf dem ganzen Weg so weiter? Sie sagten, lebt wohl den mosigen Steinen und Schritten von dannen. Zweifel gab es keinen. Alter. Alles wird gut. Okay. Zurück, verdammt. Oh mein Gott. Bleib ruhig, man. Hör auf zu singen. Oh, das nehme ich alles mit. So. Was war das für ein Unhold? Eine reiche Spore. Ob hier noch mehr davon sind? Wer weiß. Was sagen denn deine geschärften Sinne? Dass du besser die Beine in die Hand nimmst. Vorzüglicher Scherz. Ziehen wir weiter. Du wirst mich doch verteidigen, oder nicht? Auf zum zweiten Punkt auf der Karte. Die Klinge ging nieder. Seine Haut, sie zerfetzte. Das Blut des Archespor. Die Umgebung benetzte. Dem Gedärm des Biestes entfiel kein Teil vom Barbier. Oh Gott, deswegen, hör auf. Willst du bring mich um? Tötet mich. Tötet mich. Jean-Louis Korb. Den würde ich überall erkennen. Er war hier. Wir könnten sicher sein. Okay. Hm. Ein Korb mit Blütenblättern. Duften wie die Pomade. Hm. Duften. Ich habe einen Hinweis gefunden. Was? Nein, vielleicht doch nicht. Alter. Ja. Die duften wie die Pomade, aber können wir dann nicht dem Geruch hinterher? Oh, hier. Dies ist doch ein Hinweis. Ja? Wo denn? Rano Green. Aha, interessant. Hier ist was. Was ist das denn? Vertrampeltes Gras. Fußspuren von mehreren Leuten. Und Blut. Oh, oh. Du hast wohl recht gehabt. Es ist ihm etwas zugestoßen. Puh. Ein Glück. Hoffentlich waren es keine Zykloten. Da gibt es kaum Reime. Der hat Probleme. Okay, die Fußspuren führen in diese Richtung. Komm mit Papillon. Übrigens Papillon. Megafilm. Also das Original. Ich glaube aus den 80ern, meine ich. 80er. Oder noch früher. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Megafilm. Da kommt der Spur. Ja, da ist eine Höhle. Aber da wollen wir wohl nicht hin. Doch, da wollen wir hin. Okay. Wir wollen genau in diese Höhle. Von Hexern und Barbieren. Der Boden ist felsig. Die Spur verliert sich hier. Sind wohl tiefer in die Höhle vorgedrungen. Ja, dann lass uns mal rein. Sing bitte nicht. Ritt ihr den Barbier. Ach du Scheiße. Okay. Okay, wir müssen ihn befreien. Alter. Nichts als geschwitzt, du Bartbückler. Der letzte Schrei. In einem Kackness wie Kovir. Das hier ist Nilfgaard, Pfeifenwix. Alter. Was hat er dir getan? Was er mir getan hat? Er hat mich frisiert. Er hat einen Entenarsch verpasst. Einen Affenputz. Einen Diverschwanz. Ich weiß es nicht mal. Ich sah so unmöglich aus, dass ich das Turnier absagen musste. Hä? Wo ich meine Tapferkeit bewiesen hätte. Mademoiselle Vivienne de Tabry wäre mein Preis gewesen. Dann kommt er und schwätzt von letztem Schrei. Und ich vertue meine Chance wegen meiner Haare. Du hast es ihm ja ganz hübsch angezahlt. Ich habe erst angefangen. Vielleicht sollte ich noch mehr abschreiben. Äh, nein. Das kannst du lassen. Auch nicht gerade ritterlich. Nicht sehr ritterlich. Was ist denn mit deiner Ehre? Deinem Vogelgelübde und so weiter. Ich gelobe dem heiligen Vogel, dass ich dich ausweide, wenn du nicht aussiehst. Das kannst du vergessen. Oh Gott, zieh! Ich fordere dich heraus! Und ihr haltet euch raus, Jungs. Alle Wetter, das wird ritterlich. Mhm. Da traut sich ja beinahe was. Und sperrt die Ohren auf. Der Hex, der gab den bösen Ritter mächtig ein paar Traum. Das ist der schlechteste Bade. Fiss Figaro schleinig entstreiten. Natürlich. Mhm. Figaro. Beautiful. Alter, nicht schlecht. Das war gut. Mach das nochmal. Oh, keine Sorge. Ich schreibe alles auf. Das ist noch nicht zu spät, sich zu erleben. Alter, der haut ganz schön zu, muss ich sagen. Oh, das war gut. Mach das nochmal. Oh, oh, oh. Einfach mal draufgehackt. Es ist spät geworden. Wir brechen wohl besser auf. Haut ab jetzt hier. Le Capillon? Bei Marjohans Wunden. Du hast mich im letzten Moment gerettet. Hey, das war ich. Gern geschehen. Jean-Louis Ludovic nehme ich an. Verschwinden wir von hier, bevor... Ruhe! Alle beide! Ich hab's! Die Mannen des Ritters erstarren vor Angst. Der Ritter selbst hat die Hosen. Voll. Der Hexer schlägt zu. Haut den Ritter in zwei. Entmannt ihn gar. Der Trick ist toll. Ein weiterer Streich. Er ist schon ganz bleich. Der Hexer lässt ihn im Blut baden. Ja, sogar ertrinken. Wir sehen ihn versinken. Und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. Was ist mit meinem Lohn? Was ist mit meinem Lohn? Ich habe beschlossen, dir einen vernünftigen Anteil meiner Einnahmen zu überlassen. Zahlbar, was sagen wir, halbjährlich? Was? Du bist also pleite. Ich schulde dir tausend Dank, Meister Hexer. Ich zahle dir gerne deinen Lohn. Außerdem kannst du dir bei mir jederzeit die Haarspitzen schneiden lassen. Sehr gerne. Danke. Pass auf dich auf. Umsonst hoffe ich, lieber Barbier. Umsonst. Alter. Okay. Habt ihr irgendwas Interessantes hier gehabt? Mhm. Funkel nehme ich mit. Nägel. Ja, kommt nämlich schon mal alles mit. Ansonsten hier haben wir noch einen Sack Fuchsfell und Färbemittel. Ja, das nehme ich alles mit. Alles. Haben wir alles gebrauchen. Irgendwann mal. Was sagt denn? Eine Kiste oben? Ritter Turnierhose. Braue ich nicht. Das brauche ich tatsächlich nicht. Wir haben viel besseres Zeug. Hoffe ich. Wir sollten allerdings chillen. Also meditieren. Aber was ich auch direkt tue. Ein paar Minütchen. Das reicht aus. Und dann kann es weitergehen. Richtung Nacht raus. Kann viel besser rein als dieser Möchtegern-Bade. So. Moment. Wo bin ich denn hier gerade? Bin ich irgendwo in der Nähe von irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich würde sagen, wir machen die Quest einfach, die wir auch vorhatten. Das ist so. Das war... Wo ist es denn? Ähm... Ach, wilder Wolf. Da ist es. Komm mit, mein guter. Plätze. Aber plötzlich. Alter. Jetzt rutsche ich hier schon wieder runter. Da ist der Gute. Komm schon, Plätze. War aber eine nette Quest, muss ich sagen. Aber... Der Typ, den wir umgehauen haben, der ist nicht gestorben. Es kann natürlich sein, dass wir ihn wiedersehen. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne seine Frisur gesehen. Das heißt, der Barbier soll ihn ja verhunzt haben. Was ich mir, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hätte sehen müssen. Ich müsste das vorher sehen, bevor ich das beurteilen kann. Sag mal, warum rennt der eigentlich nicht? Plötzlich macht man heute wieder einen auf gemütlich. Manchmal geht es einfach nicht. Ich... Ich drücke so hart auf X gerade. Er will einfach nicht rennen. Das kannst du hier nicht tun, weißt du. Plötzlich kann ich nicht rennen. Konnte ich gerade eben auch nicht. Mann. So. Die Bewächter. So ist es. So. Hier haben wir jetzt einen neuen Barbier. Wie schön. Cool. Ich gucke mal gerade, ob wir uns vielleicht was Neues machen können. Hallo, Ludwig. Ich danke dir nochmal, dass du mich gerettet hast. Aber wo sind meine Manieren, ähm, Meister Hexer, gestatten? Ich bin Jean-Louis Ludwig. Wissen wir doch schon. Ein Absolvent Magna Cum Laude des Le Mans Paulu Instituts für Kosmetologie. Meine Scheren und Messer stehen dir immer zur Verfügung. Ja, ist ja ein Traum. Mal gucken, ob du was Neues für uns hast. Ich möchte eine neue Frisur. Lose hinter dem Kopf zusammengebunden, rasierter Kopf und Pferdeschwanz, langen Opfen, Pagenkopf der König? Was? Will ich das? Ach, weißt du was? Ich brauche eine Rasur. Lassen wir es flauschig. Lassen wir es mal flauschig. Komm. Sieht wahrscheinlich genauso aus wie vorher, ne? Nein, es ist etwas gestutzt, tatsächlich. Ich muss los. Wir lassen mal die Frisur. Die ist ganz schrecklich. Natürlich. Ich wollte ja eine neue Frisur. Und bitte sehr, da habe ich sie. Oh Gott, ich sehe aus wie Prinz Eisenherz. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalte mit dieser Frisur. Geil, okay. Wir lassen das mal ein bisschen. So. Mit wem muss ich reden? Ah, der Buchmacher. Hallo Herr Buchmacher, pass mal auf. Ich bin der Meister aller Klassen. Ja klar. Ich denke drüber nahe. Damit du nicht überrumpeln wirst. Denk daran. Intellekt zählt so viel wie Stärke. Denn Kerlbürste ist kein gewöhnlicher Kämpfer. Nein. Kerlbürste? Drolliger Name. Kerlbürste? Den Namen höre ich zum ersten Mal. Man sollte seinen Gegner nicht nach dem Namen beurteilen. Meister Kerlbürste ist ein Sattler. Was? Ein sehr tapferer. Seine Schläge sind so wild, wie seine Repliken hart. Interessant. Ich bin dabei. Ich setze alles. Alles. Klar. Legen wir los. Oh. Ich habe Knie weicher als Wackelpudding. Das solltest du auch haben. Lass uns diesen lächerlichen Kampf hinter uns bringen. Im Verhöhnen bin ich so gut wie kein Zweiter. Insbesondere besser als irgendein Hurenreiter. Äh. Deine Mutter. Äh. So jämmerlich und blöde klingst du so immer? Dein Hohn? Da göbeln ja Hunde schlimmer. So jämmerlich und blöde klingst du so immer? Na, dann hole ich raus die ganz harte Keule. Du übereifrige, überreife Eiterbeule. Da verwechselst du was. Das klingt nach deiner Schwester. Ich glaube, du verwechselst was. Das klingt eher nach deiner Schwester. Selbst ein Hexer würde sterben, wenn er sie küsste, mein Bester. Du bist nicht mal wert meiner Schwester wegfangen. Du bist ein mickriger Mutant und noch lange kein Mann. Ist das so, ja? Der Start war ein Zeichen. Du wirst doch nicht flähnen. Noch bleibt dir Zeit, nach Hause zu rennen. Also du... Bilder... Also gut. Du weißt, wie man jemanden beleidigt. Du hast gewonnen. Was? Weißt du, wir kämpfen nicht? Warum? Ich sagte doch, du hast gewonnen. Was? Was? Ähm... Der Hexer gewinnt! Schlägt Kerlbürste bei seinem eigenen Spiel! Was? Du bist mir über... Aber nur, weil ich heute nicht gut zurecht bin. Sonst hätte ich dich windelweich geschlagen. Ganz sicher. Wir haben diesen Kampf gewonnen, ohne eine Faust zu verteilen. Du musst zwei weitere Champions besiegen, bevor du den Maestro herausfordern kannst. Stillwasser findest du in Hauteville, nahe der Scharlatan. Mhm. Der Koloss kämpft im größten Hof von Saint-Sebastien. Interessant. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Ich hab echt gewonnen. Und diese Frisur, oh mein Gott. Ja, du mich auch. Wir haben echt diesen Kampf gewonnen. Ich... Ich bin immer noch... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht. Ich hab das nur aus Spaß gemacht, Mann. Mit diesen ganzen Reimen. Ich dachte, das ist lustig. Und dann gewinne ich auch noch diesen Kampf. So. Oh Gott, ey. Oh, ist das schön. Mit unserer Top-Frisur. Es ist, äh... Ich will mit dieser Frisur jemanden vermöbeln, Mann. Okay, das sieht etwas härter aus. Hier, wo ist der Buchmacher? Wer von euch ist der Buchmacher da hinten? Da hab ich immer durch. Vielleicht gewinne ich ja auch mit Worten. Na, wirst du? Wirst du? Alter, was bist du denn für ein Vogel? Der Ritter, warum sagt er nichts? Ich wüsste gerne, wen ich vermögele. Der Ritter verrät nicht, wie er heißt oder aussieht. Er sagt kein Sterbenswörtchen. Guter Herr. Zügle deine Neugierde. Ein Ritterschwur ist kein leeres Versprechen. Stillwasser wird Gesicht und Wappen verbergen, bis ihn jemand besiegt hat. Wo soll das hingehen? Ach so, er hat eine Maske auf. Also, kämpfst du nun oder nicht? Bin dabei. Ich setze alles. Alles, was geht. Alles, hau raus. Ich fordere dich zum Duell. Er wird ja nichts reden, ne? Hm, 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 hm. Ich hätte gerne eine Maske. Tugendhafte Damen. Schon bald beginnt ein weiterer Kampf. Endlich kämpfen wir. Mit unserer wunderschönen Topf Frisur. Alter, beruhig dich. Erbärmlich. Erbärmlich. Aua. So, gleich haben wir den. Stiller Wasser sind tief und der fällt gleich sehr tief. Tschüss. Stillwasser. Also, wie sie seine Fratze sehen. Und ich will deine Maske haben. Meine Damen und Herren, der Hexer bezwingt den bislang ungeschlagenen Stillwasser. Was für ein Kampf. Ja, war nicht der Regel wert. Seines Gelübdes enthoben, kann der Ritter nun sein Gesicht zeigen. Deine Schläge sind stark und ehrlich. Meinen Glück. Schuha. Danke. Sie hat dieselbe Frisur. Hast du nichts zu sagen? Ich bin eine Frau. Keine dummen Sprüche. Warum? Wieso? Was soll da dran sein? Wir leben doch im 13. Jahrhundert. Frauen führen Tavernen und Höfe und kämpfen. Behauptest du nicht, es wäre ehrlos, gegen ein Weib zu kämpfen? Das ist was für Leute, die Angst haben, gegen eine Frau zu verlieren. Sie hat sehr hart zugeschlagen, muss ich sagen. Da steht nur noch der Koloss zwischen dir und dem Maestro. Du solltest nach Saint-Sébastien aufbrechen und nach dem größten Hof dort suchen. Alles klar. So. Brigitte. Du kämpfst ehrenhaft. Das muss ich dir lassen. Gegen uns hast du keine Chance. Na klar. Tschüss. Okay. Wir gehen zum nächsten Kampf über. Wir klappern jetzt hier erstmal diese Faustkämpfe ab. Das nächste ist ja nicht weit weg. Ist ja direkt hier runter. Die Straße entlang. Das dürfte kein Problem sein. Ich hoffe, wir kommen hier vorbei. So. Entschuldigung. Hi. Na du. So. In 50 Metern ist es soweit. Gegen den Koloss. Den Koloss von Rottos oder was. Wo ist er denn? Ah, hier geht's rein. Du kannst dir nicht mal einen Barbier leisten. Geschweige denn meine Waren. Was? Ich war gerade bei einem Barbier. Hoch mit dir, Rierald. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Okay. Wo ist der Koloss? Wo ist der? Oh, da unten ist der Koloss. Oh, das weiß ich wohl sehr gern. Sehr gut. Oh, du siehst wie ein Mann aus, der sich austoben will. Hey, Weißlöckchen. Traust du dich gegen den Koloss zu kämpfen? Also gegen Kratos, ja. So heißt der also. Der Koloss? Interessanter Spitzname. Oder hat ihn seine Mutter nach seiner Geburt wirklich so genannt? Aber natürlich, warum auch nicht? Der Koloss, das klingt nach Stolz und Leidenschaft. Also, kämpfst du mit? Da mache ich mit. Und zwar mit voller Wucht, Freunde. Mit 100. Gut, kämpfen wir. Mal gucken, was er drauf hat. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Wie willst du dann dein Schwert halten? Es ist doch kein Wettkampf. Jetzt beruhig dich mal. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen. Kein einziges Mal. Warum? Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendier Hosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hab doch keiner geschafft. Zu schnell. Na? Bist du bereit? Alles klar. Probieren wir mal aus. Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Gut. Endlich jemand mit Sportsgeist. Aber Achtung. Laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Hab schon verstanden. Meine Damen und Herren, werdet Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. Na, mal sehen, ob ich mir da nicht irgendeinen Scheiß eingeredet habe. Das war einmal. Das war einmal. Das war zweimal. Kein Ernst. Unglaublich. Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt. Das hat noch keiner geschafft. Warum nicht? Hier ist dein Anteil. Danke. Herr damit. Fünf Erfahrungspunkte. Immerhin. Das war einmal ganz interessant. Und es war viel einfacher. Edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Und das machen wir doch glatt. Den Maestro, also. Komm ich hier runter? Oder sterbe ich? Nein, das geht. So, bei den Docks. Was? Quest abgeschlossen? Moment mal. Ach so, neue Quest. Alles klar. Fliegende Fäuste in Toussaint. Toussaint. Komm her. Du möchtest gern Maestro. Hier hau ich auch einer runter. So wie dem Koloss. Gerade eben. Wir mussten nicht mal richtig kämpfen. Der erste Schlag war übrigens ein, ja. Was ist das? Ein Reflex. Weil ich ja wusste, dass sie direkt angreifen. Zu Beginn des Kampfes, ja. Hat gut geklappt. Nach zehn Sekunden war der Kampf dann vorbei. Das ist unfassbar. So. Na klar. So, Moment. Ich speichere mal gerade ab. Was? Ich kann jetzt nicht speichern. Warum nicht? Also, jetzt. So. Aber jetzt. Betrunkener Meister? Das ist der Maestro? Nein, das kann er nicht sein. Das kann er nicht sein. Er ist es, oder? Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro. Champion. Der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Er ist es tatsächlich. Wo ist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen. Doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Okay. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Franz ohne Musik. Ich hoffe, wir besaufen uns jetzt nicht auch. Nicht zu betrunken zum Kämpfen, alter Mann. Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff. Du schwitzt, dass mein Hottkab haben wird. Kämpfst du ja oder nein? Okay. Also gut. Ich fordere dich heraus. Irgendwas ist da schief. Läuft da schief. Hoppla. Ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiße ich nicht. Was? Gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Hä? Was heißt das? Jetzt sag mir nicht, ich soll mich besaufen. Das heißt, entweder du trinkst oder du verpissst dich mit anderen. Anlauf. Ich? Alter. Ich trinke. Tschüss. Wir setzen alles. Wir kämpfen gleich besoffen, aber ich hoffe, dass das keinen großen Unterschied macht im Kampf. Schön. Madame, Monsieur. Der Maestro tritt auf. Endlich. Aber nur ein Becher, ja? Wohl nicht. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon Strunze. Alles klar. Ach, Gerald. Das ist alles ein bisschen benebelt hier, aber dürfte trotzdem kein Problem sein. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Ich merke schon. Hey, Blutpapier. Dieser Konto. Ja. Oh, tschüss. Maestro. So. Haben wir den auch ausgeschaltet. Frechdachs. Hast nicht besägt. Ja. Jahrelang nicht passiert. Deine Fäuste. Einfach glorreich. Danke. 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 Ich kann es nicht passen. Darauf muss ich trinken. Ja. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich vor, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Was denn? Trinken. Hiermit erkläre ich Hexer Gerald von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo. Danke sehr. Welche Überraschung. Hier. Deine Trophäe. Ähm. Okay. 200 Erfahrungspunkte. Leben ohne Saufen ist wie Leben ohne Lecken. Na, du sagst es. Okay. Wir sind immer noch ein bisschen angeheitert. Wir haben eine Trophäe. Ich glaube, diese Trophäe kann man jetzt zu Hause absetzen. Kann das sein? Trophäe der Faustkampfmeisterschaft. Also, ich gehe mal davon aus, dass das geht. Sicher bin ich mir da nicht. Ähm. Was kann man als nächstes machen? Äh. Weinfäden-Belgard. Was ist das denn? Gern ein Ort, an dem die Auktion stattfinden wird. Hä? Was soll das sein? An einem Anschlagbrett in Toussaint fand Gerald den Aushang eines herzoglichen Beamten. Darin wurde nach allen Arten von Vagabunden, Söldnern und fahrenden Rittern gesucht. Es schien sich nicht um einen Auftrag für Hexer zu handeln. Aber Gerald beschloss dennoch, mehr darüber herauszufinden. Wo ist das denn? Ist das weit weg? Ja, das ist schon ein Stückchen, ne? Das ist ein Stückchen. Wollen wir das machen? Ich glaube, ich würde erstmal gerne hier hin. Ja, das ist eine gute Idee. Zudem, ähm, Fragezeichen. Dann machen wir hier die Fragezeichen und gehen dann hier rum, kommen zu diesem Anschlagbrett. Oder eben nach Belgard, um diese Auktion mitzumachen. Ich glaube, das könnten wir so machen. Vielleicht sollte ich da schnell reisen. Schnell reisen ist, glaube ich, ganz sinnig. Ja, Alter, ich bin immer noch voll genebelt. Mann, bin ich besoffen. Ähm, ich laufe hier gegen Wände. Ich glaube es ja wohl nicht. So, hier lang. So, langsam lichtet sich unser Dunst um die Nase herum. Gut. Moment mal, was ist denn... Ja, ich dachte gerade, das ist unser Haus. Aber das ist es nicht. Das ist nicht unser Haus. Also, wenn ich es mir recht überlege. Guck mal gerade auf die Map. Wir können da eigentlich auch hinreiten. Weil, ähm, wir haben noch nicht alles entdeckt hier. Wahrscheinlich finden wir auch noch einiges. Dann würde ich da gerne hinreiten. Allerdings, also hier. Sieht aus wie ein... Sieht aus wie ein Theater. Oder wieder so ein Weinfeld. Allerdings würde ich das gerne in der nächsten Aufnahmesession tun. Das heißt, wir bleiben genau hier auf dieser Brücke stehen mit unserer wunderschönen Frisur. Ah, ja, schön. Und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ähm, Plätze, was soll das? Und, ähm, in der nächsten Aufnahmesession werden wir uns den Fragezeichen widmen. Ein paar Questen widmen. Und irgendwann müssen wir natürlich auch wieder die Hauptstory etwas weiterführen. Weil die wollen wir natürlich nicht vernachlässigen. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Adios, amigos. Ciao, ciao. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Äh, sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also, bis dann. Adios, amigos. oudchafts Ninjas K-Gera 6 6 10 21